Ich würd' sagen, wir machen weiter einfach. Let's go! Hi! Hi! Ich kümmere mich um die Jungs. Ich bin gleich wieder da, ne? Hi! So, guys! Welcome to another video of my channel! Today we're gonna open two packs of brand new V-Box Packages! Ehh, einen wunderschönen guten Tag! Hi! Ich mach sehr gerne Sport, ich turne, ich tanze, ich mach sonst auch gerne Workouts, ich beweg' mich gerne. Bro, wo ist der hin? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Der Bro, der Bro ist weg! Ja, bewege mich gerne in der Nacht Ruhe. Tobi! So, auch wenn's schlecht ist, da kommt man immer wieder hin. Ja, ja, ja. Ja, so ist das schon. Was geht bei mir, Tobi? Tobi sucht da hinten irgendwas. Der... Oh, Tobi, Bro! Ja, Maskenpflicht und so. Ey! Wichtige Frage, was hörst du für Musik? Ich hör sehr gerne K-Pop. Ich glaub, Musik werden wir nicht zusammen hören. Ja, lass es noch eine Person machen, oder? Okay, wollen wir die mit der Ziege nehmen? Mit der Ziege? Als Bild. Die hat eine Ziege als Bild. Nee! Die hat eine Ziege als Bild. Also, ich find sie cool, welcher ich bin. Wenn ich so eine Ziege kennenlernen könnte, könnte ich auch die Ziege kennenlernen nicht. Hallo! Hallo, Yuma! Welcome to the Reveal! Hi! Hi! Na? Hi, was geht? Hallo, ich bin der erste Kandidat. Ja. Okay, nein, Tobi bist du nicht. Oh nein, das ist jetzt nicht... Das sind einfach zwei Mods. Fabs, fang einfach an. Ihr kennt das schon. Das sind einfach zwei Mods von mir. Kommt, ich halt mich hier zurück. Ihr macht das schon. Das sind einfach meine Mods. Mods sind Pog, oder? Können wir ein Pat de Mods in den Chat haben. Ein Pat de Mods in den Chat. Let's go! Han Solo LP. Wilder Name. Ich denke, du spielst Minecraft. Tatsächlich nicht mehr. Nicht mehr. Aber das LP lässt immer darauf schließen. Ähm... Das ist Jugendsünde von vor zehn Jahren. Ja, man kommt nicht ganz weg. Das ist wie ein Ruin, ne? Sag ich. Ähm, stell dich kurz vor. Ja, ich bin Han Solo, bin 23 und bin Mod bei dir. Ach, chillig. Achso. Ich wollt grad sagen, du kommst dir ein bisschen bekannt vor der Tür. Ja? Das ist jetzt einfach nur noch meine Mods hier. Alright. Aber ist gut, dass man sich jetzt mal sieht. Der hat mich gebannt, schreibt einer in den Chat. Ähm, aber ich würd gern noch einen dritten haben. Bitte. Ich bin immer im Chat. Ich krieg... Oh nein. Hi. Hi. Ja. Red mal. Hi. Wie heißt du? Ich... Ich heiße... Und du so. Mega chillig. Ich würd sagen, das waren deine drei Kandidaten. Ihr habt euch eh alle schon auf Discord. Ich würde sagen, wir machen weiter. Vielen Dank fürs Moderieren und dabei sein. Hau rein. Danke dir viel. Ciao, ciao. So, wir machen weiter. Willkommen Lisa. Hallo. Hallo. Ah, hi. Was geht? Okay. Die Kamera, die... Ne, passt. Ich würd sagen, zwei Minuten... Ihr könnt euch einfach kennen, denn. Let's go. Also nachher noch ein bisschen zieres... Hat sich gut an. Woher kommst du? Wenn ich Fragen hab? Äh, ich komm aus München Gladbach. Hast du Fragen irgendwie? Ja. Was sind so deine Hobbys? Hobbys? Eigentlich generell American Football. Aber ist ja zur Zeit nicht, ne? Eigentlich gar nichts. Arbeiten halt noch, ne? Als was arbeitest du? Na, äh, Bauarbeiter. Okay. Hör mal zu. Was sind deine Hobbys? Äh, ich wähle gerne Fußball. Zocker halt. Ja. Willst du den nach unten? Natürlich, einfach Stand... Oh, Bro. Nein, nicht du, nicht Abara. Mann, Alter. Fuck, fucking Standardskill. Hallo. Hallo. Ja, was sagst du? Äh, TSGO. Bruder, dann würdest du mal nicht mit uns. Ja, mindestens Rainbow. Kerem. Bruder, wenn du, äh, wenn du nicht, äh, hier Rainbow oder Minecraft hast, dann würdest du leider nichts mit uns. Minecraft spiele ich sogar auch. Perfekt. Wie viele TPS bekommst du mit Abuse? Keine Ahnung. Kerem? Das ist nicht der Basti-GAG-Discord hier. Äh, was machst du so... Noch? Ja, ich versuch halt noch. Ja. 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 Klickst du die ganze Zeit? Äh, ja, weil mir langweilig ist und ich dann immer kurz Abuse. Hast du irgendeinen späteren Berufswunsch oder so? Äh... Nee, eigentlich nicht. Deine Zeit ist an... Deine Zeit ist an der Stelle auch einfach um. Ich piss mir gleich ein. Ich piss mir gleich komplett hier. Hast du die Android-Sounds gehört? So funny, actually, oder? Das war echt ein Meme. Ja. So, hallo, Elix. So, let's talk English now, from now on. Lilly? Ja. Perfekt. Lilly, bist du über 18? Ja. Super. Hast du eine Kamera? Ja, natürlich. Lilly, ein Wunderschön. Okay, ähm... Tatsächlich? So, Lilly, just clap three times in your hands if you're ready. Tobi. Ready for the way. Tobi. Let's get the boys in. Junge, Alter. Ich hab tatsächlich... Die sehen nicht aus wieder wie 18. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob sie mich anlügen, aber sie sind wohl 18, deswegen move ich den ersten. Okay. Du bist nicht 18? Ich bin 18. Du bist 18? Der sitzt auf dem Motorrad. Guck mal auf sein Profilbild. Ja, mein Onkel kommt aus der Schweiz, deswegen bin ich da auch öfter mal. Mhm. Und, ähm... Oh, genau. Wenn ich fragen darf. Tut mir leid. Zürich wohnt er. Ah, Zürich heißt nicht weit weg von mir. Danke dir! Ähm... Gut. Das war ein bisschen... Hi! Wer bist du denn? Okay. Wer bist du? Ich bin Philo. Ich bin Rust Pro. Mhm. Gut bezahlter Rust Pro. Ja. Also, Rust ist so ein Computerspiel. Mhm. Ich achte sehr auf Ernährung, Sport, Fitness, Lifestyle, Beauty... Alles klar, du hast jetzt zwei Minuten und rein geht's. Okay, wie geht's dir denn? Ja, sehr gut. Äh... Immer noch. Gute Einstiegsfrage. Gute Einstiegsfrage. Was machst du so? Beruflich, in deiner Freizeit? Äh, beruflich. Ich studiere im 8. Wettbeschwersemester. Tue so, als würde ich ganz gut durchkommen. Lehramt, Ökotrophologie und Mathe. Also, Ernährung kenne ich mich jetzt auch. Okay. Was ist so... Hast du gerade Mayo in die Haare gelungen? Nein, das ist Strandmathe. Ich trinke noch kurz einen Schluck Red Bull. Sommer Edition. Ja, ich habe eine chronische Erkrankung. Deswegen achte ich darauf, dass es so zu zubereinander ist. Ach du Scheiße. Weil die Entzündung nicht weiter ist. Okay. Das kann ich verstehen. Also, für den Fall einer Verkupplung könntest du mir auf jeden Fall einen guten Ernährungsplan zusammenstellen, ja? Ja, natürlich. Oh, Mathehaber. Ja, Mathe kann ich dir helfen. Ich war immer der da hinten sitzt in der Schule und ganz cool, ganz cool unterwegs war. Ja, ansonsten, ich habe mir schon ein Millionen-Business aufgebaut. Also, finanziell geht es mir auch sehr, sehr gut. Cool. Philo ist jetzt bestimmt nicht dein richtiger Name. Klar. Wieso? Nämlich so Menschen privat. Philo. Ist das denn dein Pass? Philo? Ja. Cool. Ja, die Zeit ist dann an der Stelle auch schon abgelaufen. Extrem entspannt. Extrem entspannt, würde ich sagen. Ja, schön. Philo, kurze Frage noch zu dem Haarwachs. Bist du zufällig Gamer? Ich bin Gamer. Sehr schön. Seidenschaftlicher Gamer, ja. So, und jetzt raus aus dem Channel hier und verpiss dich, ne? Ciao, Tanja. Ciao. Die heißt nicht Tanja. Ciao, ne? Nee, klar. Also, ist meine Kamera an? Seht ihr mich gerade hier? Ja, Tobi, wir sehen dich. Ja, okay. Warum sagen dann vier Leute nicht tschüss zu mir? Tobi, Anni, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe es hat dir Spaß gemacht. Dankeschön. Es war interessant und unterhaltsam, würde ich sagen. Und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, Chat. Actually, wirklich nice, dass das so spontan geklappt hat. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Ich war heute beim Friseur. Oh, scheiße, Alter. Ach du scheiße. Oh, bist du hässlich.